so sei von schocken auf jeden Fall schon eine Kirche Jo leute ich bin süß dort bitte es ist ein mit Kirche es ist ein wasser auf jeden Fall ja Leute ich bin's wieder euer Alex von Alex TV ich zeige ne Runde der sie mit Lukas ja und wenn er da wirklich ist wo er meint ist er mitten irgendwo da hinten in der Pampa mitten im Land ich bin bei Kamenka gespawnt und es war ein bisschen aufräumen hier also bei mir stand ja Green Mountain das ist wirklich ja das muss man bald mal sagen weil wenn ich Green Mountain sind dann lauf ich nämlich jetzt gleich ins Landesinnere da hinten bei Kamenka mhm also da stand ich bin gerade um dort runter gelaufen kann sein wenn du willst nochmal aus und einloggen dann steht es ja wieder da ja schon Kamenka 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 Green Mountain ach nee Green Mountain ja so und du hast hast du irgendwo Wasser oder so in der Nähe ich lauf grad runter siehst du ein Turm das ist so ein Green Mountain Green Mountain ist nämlich ein Berg da drumrum da da führt eine Straße drüber drumrum sind so nirgendwo ich lauf nämlich grad runter ja 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 aufm Berg drauf ja ja dann bist du in Green Mountain dann komm ich jetzt gleich vorbei ja dann bleibt dann dann geh lauf zum Turm da findest du Waffen ich bin aber erstmal gleich bei der Kirche mal gucken ob da erstmal was ist ja das ist normalerweise auch ein Krankenhaus in Green Mountain also da in der Stadt bei Green Mountain ja das ist wie so ein kleiner Ort halt ja so so ein klein ne ganz klein großes Dorf oder so oder ja eine kleine Stadt ja so ein Kaufhold ja auch Kauf ist gut hat aber ein Krankenhaus naja und ein Supermarkt ganz oft dann musst du da nochmal hin normalerweise ja wenn du da bist wo ich meine die Kirche ist abgeschlossen dann hast du da die Kirche ist zu was ist denn ich glaube dann ist die Kirche äh ist das Krankenhaus siehst du es ja normalerweise das ist in der Nähe vom äh ist in der Nähe vom Supermarkt da ist so ein Platz so ein großer Parkplatz so was das ist davor mhm ich röne erstmal hin dann lauf ich jetzt mal ab nach Green Mountain wie viele Zombies so 4 6 8 äh 10 deswegen umlaufe ich Kamenka jetzt mal wobei wenn es ein Fahrrad finden würde sogar auch nicht schlecht mhm und da kommt ein Zombie zwei Zombies mhm Bushalterstelle ja dann klappe ich jetzt gleich einfach die Jagdstände ab ja klar auf dem Weg zu dir mhm so 4 so 4 6 so ein bisschen zum Glück weißt du wo das ist das ist ich weiß nicht ob du dabei warst als wir mal da durch die Stadt liefen und dann kam da so ein vollgepackter Humvee an eh da war kein Kamenka achso nee ne das war da das war da ja genau da bin ich noch gestorben hat mich schon jemand gesnipet ja da hatten da hatten wir da hatten wir jede Menge Autos und so gefunden ja einfach mal vollgepackter Humvee ja und und alle möglichen Polizeiauto gefunden und so ja da bist du oder iiii also wenn du da sagst wo du bist dann bist du da das ist bei Green Mountain ey wieso kann man denn da spawnen was hast du an Anfangsloot ja ganz normal mit einer Marker drauf zwei Bandagen Painkiller ein Magazin und einen äh kleinen Rucksack und ein Flashlight oh oh und dann bist du wirklich gespawnt sonst kann es sein dass du eventuell da dich ausgelaufen ja ich bin da wirklich gespawnt aber ich komm nicht ins Krankenhaus rein wieso ich hab oben rechts ganz recht auf die Ecke geschossen und hm geht nicht auf wieso komm die nie da rein ich komm da immer direkt beim ersten Mal rein ich hab da nie Probleme damit ins Krankenhaus rein zu kommen dann guck mal hinten rum und auf dem Dach das spawnt auch Kram ja will ich machen was ist das hier ich hab ein Motorbike gefunden korrekt und 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 Reifen sind teilweise kaputt aber ja ein bisschen nur also also können noch fahren ich sag mal rot ja ja rot können wir normalerweise nicht mehr fahren aber nein Zombie verpiss ich da hinten ist normalerweise ein Jagdstand und da hinten irgendwo auch das ist nur grad die Frage ob hier was gespawnt ist ich hoffe ein bisschen langsamer damit da auch was spawnt ok auf dem Dach ist nichts der Jagdstand ich sehe noch keine Zombies da hinten ist aber ein Zombie da sind zwei Zombies drei Zombies ok ok ah da jetzt ist erst gespawnt ein Zombie zwei Zombies zwei Zombies 5-5-Zong ist das ein das ok ich hab gepolt ich kann damit noch fahren ich hab gepolt ich hab gepolt ich hab gepolt jetzt habe ich das mal wieder auch schön viel zum gestorben 1 2 3 4 zum ist gefolgt und hier ist eine Waffe eine Schockerung hier unten ist nämlich normalerweise auch ein irgendwo was liegt hier eine Winchester mit Muni und hier liegt noch mal eine Leerenfield ja lass die da ich komme ich hoffe ich kenne den Weg nach Green Mountain aber normalerweise müsste ich wenn sie bei Schöner bin er den Turm sehen Winchester Prozent ich hoffe ich war auf sich ich meine ich kenne die Map ziemlich gut aber ich hoffe er mit Muni ja mit zwei brauchst du den nimmst du die oder ich habe schon gar nicht so gut kann denn nämlich die die Entfüttung nicht gerne und hier ist es keine Muni ich dachte jetzt bei die Winchester die Winchester also dann nämlich die Winchester hier ist noch ein Leerenfield-Magazin ja dann nämlich die Leerenfield doch die Leerenfield ja ich guck' grad noch durch hier und was liegt hier und Neiper-Magazin CZ 550 50 die Sitzkack-Kerz mit zu viel Zoll ist dran hinzulaufen aber ich 5 zum Zoll aber scheiß drauf nein Prozent diesen verdammt viele Zollmisten auch die aufpassen dass hoch jetzt die auch nachdem ist extrem okay ich bin am Arsch das war ja mal ein Megafail was ist denn bei dir passiert ja ich bin darauf gegangen weil ich dachte ich hätte was gespawnt aber ich äh sein aber ich hatte so viele hinter mir ich kann schon mal runter also das war klar dass ich sterbe kann man vielleicht habe ich auch so viel Glück und Sporn im Landesinnere schade schade ja kommen kann ich komme direkt zu dir ich gehe nicht noch zum Erf ich bin ich glaube ich direkt wäre da fast da gespawnt wo ich eben gespawnt bin ziemlich genau ich hab mal zwei Lee-Enfield-Max ich laufe jetzt einfach relativ querfeld ein so in die Richtung dann müsste ich eigentlich bald in deine Richtung kommen Mann 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 immer mehr und immer mehr Zombies hier ja ja ich schießt die ganze Zeit weil hier wären dann schon 22 Zombies drin gewesen dann organisier dir eine Axt hab keine gefunden ja organisier dir eine geht schlecht hier ja ich schätze hier eine Lee-Enfield für dich mit drei Magazinen ja perfekt ich komme hinten noch ganz geguckt ich komme die gleich holen ja ich habe noch hinten ganz geguckt erstmal was essen und was trinken erstmal irgendwas auf die W-Taste legen dann brauche ich nicht die ganze Zeit zu laufen was ist hier eine Marke auf da reinstechen geht halt nicht eine Marke auf Magazin und noch ein Kompos liegt hier ein Huntingknife noch Ah Mensch Mist noch eine Marke auf Magazin hab ich nichts um da reinzustecken? Ne leider nicht muss ich wohl wie gedrückt halten na 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 ein Morphin was habe ich hier? ein Campingtent ein Zelt ja nice ja nimm mit aber ich weiß ob du so viel Platz hast Platzprobleme hätte ich bei meinem Rucksack ist nämlich noch äh schau ich kann ich nicht nehmen ähm ist da noch eine Shotgun für mich? ich dachte du hast eine Shotgun ja aber ich muss ja eine LN-Field tragen weil das ja gleich restarted wird also ja dann ja dann geh versuch noch so weit wie möglich vom vom Supermarkt wegzukommen damit du wenn du wieder da spawnst im Supermarkt wieder was spawnst ja ja schlafen wir mal bergauf ich stehe da eine Marke drauf mit sieben Schuss und drei Magazinen noch mhm eine Win... äh eine LN-Field mit drei Magazinen und eine Winchester mit zwei korrekt der Supermarkt hat es gebracht und ich hab da ein... ne zwei Marke drauf gefunden denk dran lauf... lauf auf den Supermarkt raus du hast nur drei Sekunden scheiß auf die Zombies die sind ja eh wegnahmen wie es da ja ich hab sie schon getötet irgendwie wird... aber nicht gescheitert Kill Menge angezeigt weil... ich hab nur zwölf Zombies gekillt komischerweise ich hoffe ich bin gleich weit genug draußen drei... zwei... eins und hingelegt boah boah äh gut war knapp ok äh wir sehen uns gleich nach Restart Restart Hau da rein Restart bis gleich